Jetzt geht's rund Ja, ich schaue es noch zu Alter Schwede Der kam überraschend Kann ich irgendwas schießen hier? Beim letzten Mal habe ich ihn gekillt mit einer Kanone Die ich umgelegt habe einfach Okay Moment, nehme ich den Hammer? Nee, ich brauche den Schild, glaube ich Achso, oh, geht gleich weiter Wow Mist Einfach auf den Kopf springen Jawohl Oh, äh, nie Wie konnte was passieren? Wenigstens haben wir den Schmur besiegt Ach, von ihm Feiger Goplin Ich werde ihn nicht auf den Schmur Ich werde ihn nicht auf den Schmur Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät Und unser eigenes König wird bald Schauen wir zurück nach dem Haus Uh-uh, nicht so schnell Ich möchte einen Blick auf den Schmur Oh, wir müssen uns Ah, achso Schau Schau, das ist Isabelle Sie hat einen Schmur, aber Sie hat einen Schmur, aber Lange Äh, was zum Lesen Ah Oh, Mann Der Ja Mhm, toll Ja, ich denke wir haben schon ein Boss gespielt, oder? Weiß ich nicht Hm, hm Oh, der ist spiel durch Es ist imbued mit großem Macht Ich könnte es nutzen, um Sie zurück zu bringen und das König zu retten Der ist einer vorherrlich Ja Oh Oh Oh, das war es, das war Ja, ich glaube, die musst du da irgendwie zusammenstecken. Oh, der springt einfach hoch. Jetzt. Ich glaube, da geht's durch. Okay, aber da kann man ja so durch. Ich meine. Mit dem richtigen Timing. Oh. Die sind wohl auch säurefest. Okay, soll ich zunehmen? Ist ja cool, die Säure fließt so an dieser Blase entlang. Ja, das wäre cool. Ah, ich dachte, ich könnte. Aber was bringt uns das? Ich meine. Ich weiß es nicht. Okay. Ach, da oben ist was. Ah, ich kann es an Metallobjekten festmachen jetzt. Haha. Das ist ja praktisch. Kannst du da gerade mal nach rechts durch diese Blase laufen, dann komme ich auch wieder. Irgendwie. Okay. Alles klar. Nein, nein, nein. Egal. Was? Du musst da oben mal mit dem Hammer kurz oder irgendwas machen. Was ist eigentlich hier mit meinem... Das habe ich noch nie gebraucht, diese Fähigkeit. Mit dem magnetischen Schild. Moment. Was passiert jetzt? Jetzt kommt es gar nicht mehr raus. Was kommt? So, die Säure. Ja, keine Ahnung. Tja, hier ist es besser. Warum gehen denn die Dinger nicht hoch? Ach, da rechts ist der Hebel. Wir machen das wieder mit dem Dings. Kannst du dich hier dranhängen? Ach so. Oder rübersprungen? Ne. Aber du bist eben gut rübersprungen. Spring einfach und nicht in der Zeit, wo du in der Luft bist. Ja, reicht schon. Okay. Mach mal den Hebel an. Ach so, gedrückt heute. Ja, da kommt ein Excel. Wo? Okay. Mist. Oh. Du mal bald. Tja, also ich kann fliegen. Oh, ich hätte die ganze Zeit das Ding hier in die Luft packen können. Achso. Nein, das bringt ja nichts. Moment, Echse. So, jetzt musst du... Äh, auf die Steine bitte. Ne, Moment. Geht doch. Ja, ich möchte es mal testen, ob das geht. Irgendwas war doch eben, dass ich, dass du auf der... Ja, aber du kannst es doch nicht. Ne, jetzt nicht mehr. Eben ging es, glaube ich. Irgendwas war da eben. Ja, nur wenn du ganz kurz drauf springst, dann geht es. Ne, vorhin noch weiter, als er sich an der, an dem Fass festgehandelt hat. Da habe ich dich auch noch rüber geschafft, irgendwo. Ja. Ich müsste nach links bitte, damit. Achso. Ja, links. Ich sehe das Ding, ja. Oh, oh. Hier sind so... Ja, so einen Moment. Na, ganz längstens noch eins. Nein, haltest du links oben? Geht das? Aha. Ich muss drüber springen. Geht mir in der Speed. Ach, schon wieder ein Level. Ja, du kannst da auch rein und... Aha. Ey, links ist da noch so eine Blase. Ich weiß, geh mal ins Fass rein. Oder in die, äh, in den Korb. Schwinge nicht mir entgegen. Lass mal los. Nicht schwingen. Äh, schwingen, aber lass, äh, rechts, links sein. Dann hebe ich dich einfach ins Fass in den, äh, Heimer. Ja. Ist auch egal, hier eine Blase. Ach, ist ja keine Säure. Was ist denn? Schwingen sie? Ach, da oben, Moment. Äh, kannst du einen Hammer hochwerfen? Moment, äh, wohin? Ah ja, Moment. Links oben. Kommt. Ne, das war's, glaub ich. Ne, da ist noch was. Ist noch was? Ah ja, da ist noch was. Ich seh's. Links oben. Ne, ich versuch mit dir mitzutun. Also soll ich jetzt stehen bleiben? Du mal, bei der links, dann schwinge ich mich aufs Fass drauf. Noch was nach links? Oh, hier unten ist auch noch was. Hier ist überall was. Alles klar. Moment. Ähm, Eis. Ach ja, stimmt. Das geht ja auch. Ach, verflucht. Nein, jetzt häng ich. Ich hänge. Äh, na nix. Äh, na nix. Ne, ich glaub, wir müssen erst nach rechts irgendwie. Ups. Ach, da kann man hoch. Moment. Äh. 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 Ups. So. äh, oben ist alles geholt ach so, muss ich mal rechts weiter ach, komm her so oh oh ähm, äh, ich bräuchte hier nochmal Hilfe also ein, zwei Kisten Moment alles klar äh, und du? wohin mit dem Fass? okay passt schon oh nein, das geht nicht ah oh oh gut nein, weg weg, weg, weg so oh äh, hier kommen brennende Fässer runter da man, nein ach, verflucht oh, geschmeckt ich glaub, das da oben ist so eine Art Timer das Fass bleibt nur eine bestimmte Zeit lang auf dem, äh, auf dem Knopf liegen, bis es explodiert ach so ja, du musst einmal kurz auslösen ach so, ja, oder du stellst eine Kiste drauf kannst du mir nochmal so ein Fass in der Mitte rumschweben lassen ne, ein Fass das ist schön das ist ja auch beeilen ja ja das war's nicht wo ist denn, oje oje nein ich dachte, das geht zurück äh, zum, äh, uns ja, guck mal, ob du vorwärts kommst, wenn das so weit weg ist lohnt das ja kaum zurückzulaufen da rechts, äh, ist so, das kann man bestimmt, ähm, ausklappen das kann man, ach, das kann man ausklappen ach so, ist das vielleicht das, wo links oben die Kiste drauf muss dieser Schalter, dieser Knopf, Druckknopf ah ah schau nur wie ach so ja von der Idee her gut ich häng da noch dran ja woran auch immer am seidenen Faden ja 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 hihihihi sehr schön ausgetrickst das klappt runter bestimmt ja, Moment, ich zuerst oh, und dann kommt natürlich sowas oh oh oh, jetzt geht's aber rund hier ach, das war's geh mal einen Schritt nach links sehr gut ach, da oben ist noch eine Kiste, Moment hab sie äh, so ja, jetzt kommt kein Ding mehr raus, oder? ebenso lange da keine Säure kommt, können wir ja da locker für locker für oh Glück hab ich ach, da kommt schon wieder ist Viecher so, ich fürchte, jetzt müssen wir uns aber beeilen, bevor von hinten die Säure wieder ankommt da oben ist noch was, da geh ich mal hoch ok, dann wach dich mal wird's denn gehen? oder magst du hier auf meinen Schult ich seh schon anderen räumt da oben ab ich seh einfach hier oben überhaupt nix oh, nein, jetzt jetzt bin ich von dem in der Planke getötet worden das musste ja mal passieren naja, ich bin zu spontan oh, was erst mal eine Kiste das ist deine Antwort auf alles, oder? oh ah, da oben ist noch irgendwas das ist ja das ist ja das ist ja auch das ist ja es ja ich bin zu